So, wir sind wieder da, wieder da. David kann nicht, er hat die Geräusche vergessen. Ja, ich dachte, sie stört nicht. Robert, geht da weg! Au! Du schaffst das doch eh nicht. Das sag ich. Ja, probierst du noch. Du doch mal. Du schaffst das auch nicht. Warte, au. Ich bin nicht gesprungen. Au! Hä? Ich bin. Warte. Wer schaffst du dich? Hallo, wie gehst du denn? Ja, du hast du das geschafft. Ich spring mal jetzt genau, wie du gesprungen bist. Ja, wenn du da aufkommst. Ja, du hast du auch nicht geschafft. Ich war es. Ja, meine. Guck, so bist du gesprungen. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Doch, ich schaff's nochmal. Hier, guck mal. Guck mal. Ich bin so. Du musst nach da springen und ganz schnell, wenn du vor der Leiter bist, zu der Leiter gucken und nach rumdrücken. Also weh. Nee, weißt du? Ups. Jetzt ist das bei mir auch nicht geklappt. Warte. Ich geh weg. Ja, warte. Bei mir geht's schneller. Ausch. Oder auch nicht. Äh... Au! Okay, geh du mal hoch. Ah! Wir gießen mal das schöne Wetter. Ja, ganz toll. Ich mach mal die Musik bis hin runter. Wenn man bei Minecraft snowboarden könnte, würde ich Minecraft leben. Mann, ey! Hast du schon wieder nicht gepackt? Ey, mach mal die Geräusche an, Alter. Hab ich doch. Hab... Ich... Ich mach über Headset. Ja, weil die Geräusche von Minecraft, die sind... Die sind... Das ist scheiße, wenn die nicht drauf sind. Ja, ich hab ja... Ich mach ja über... Jetzt... Überleg doch mal, dann ist das einfach nur... Leeraufnahme. Ja, sorry. Ja, halt. Bringt jetzt auch nichts mehr. Doch. Nee. Doch. Nee. Alter, schaffst du das mal endlich? Ja, Junge, du hast doch auch nicht geschafft. Ich war schon oben. Ja, freu dich. Warte, ich hab... Sie merken auch schon gespielt. Oh. Na, okay. Junge, spring durch. Was? Schnauze. Okay. Junge, wie... Wieso hält der denn nicht an? I like trains, du du Typ. Junge, fick dich, wenn ich so... Äh, warte mal kurz. Kurze Pause. Wieso? So, da sind... Was zum Teufel hast du gemacht? Ey, nee. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Warte. Das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst. Junge. Warte doch. Ja. Ja, schon die Machtblöcke. Ja, Problem damit. Ja, eigentlich nicht, geh. Ach, komm, ich geh jetzt. Au. Wieso spieg der nicht? Ah, danke. Ja, Luca, ich geh jetzt mal. So. Komm, das schaffst du, ich weiß es. Cheetah. Das hast du nicht gesehen. Nein, hab ich auch nicht. Ich hab's, äh... Und die sehen das auch, glaube ich, nicht, weil ich weiß es. Ja, ganz toll. Ganz toll. Was da ist? Nein, nein, nein. Springen. Warte, ich... Ich mach... Ich mach mich frei. Weiii. Wir kannst du frei gemacht. Geil. 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 Sogar... Hier wäre ich was noch denn gefallen. Wir müssen nicht da lang, glaube ich, holen. Wir müssen hier geschirken irgendwo durch Fenster. Ah, warte, äh... Da ist eine Leiter. Ah, nee, da nicht. Da ist eine Leiter. Ich stehe direkt vor der Leiter, äh, nee, doch nicht. Beim Skiern. Hä? Ja, ist halt auf zu spüren. Alter. Wenn schon, dann würde ich so einen Defekt machen, dass der Regen, äh, Schnee immer langsamer fällt. So immer weniger, aber nicht sofort, lol. Ja, war doch. Bei mir ist es einfach weg. Tja, ich hab einen Shadermod drin. Ach, deine Mutter hat einen Shadermod drin. Weiß nicht mal, was ein Shadermod ist, oder? Da, bist du da Schatten in so einen Scheiß? Ja. Hast du mir doch vorhin erklärt, du Idiot? Nein, hab ich nicht. Du hast mich unterbrochen. Ja, schon doch wieder. Wie? Ich mach mal ein bisschen Training. Wie? Wie? Oh, nee, guck mir zu, das ist spannender. Ja, okay. Stimmt, und lustiger. Au. Hey, hier ist deine Handwerkbox, ey. Ey, David, David. Ja? Oh. Keep running. Ey, was müssen wir hier machen nochmal? Ähm. Nein! Hast du überhaupt was? Achso. Au. Au. Ich hab das Wasser nicht getroffen. Wo bin ich? Ey, reposier mich mal zu dir. Mach du doch. Ich hab Game-Mod... Ach ja, doch. TP-Shuffle. Ähm. Also, irgendwie macht das nichts. Ey, was muss ich denn, äh, äh, eingeben? Slash TP Ruffle Dave Shuffle. TP Ruffle Dave Shuffle. Kennfeind Üster... Äh, scheiße. Ah, scheiße, ich hab mit SSZ geschrieben. Äh, SCH. TP Ruffle Dave Shuffle. Ah! Alter. Nein! Geh da nochmal rein, Alter. Alter, geh da nochmal rein, du Schwuchtel. Ey, du bist jetzt nicht wirklich auch abgegangen, oder? Hahaha. Du scheißvoll Idiot. Hahaha. Ähm. Ja. Warte. Wo ist die Scheiße jetzt nochmal? Also da, da, da. Da. Ich hab sie gefunden. Nein. Ach, verdammt. Was denn? Alter, jetzt lass mich da rein. Alter. Ich komm nicht rein. Ah. So. Hm. Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben? Oh. Alter. Wollte ich mich verarschen? Oh. 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 Warte. Wiiiiiii. Hallo, ich bin unten. Hä? Häh? 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 Arschgesicht. Cheater. Häh? Häh? Äh, die... Platten da vorhin waren nur ne Verarschung, ey, nur so nebenbei. Häh? 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 Und ich werd' bei Skype angeschrieben. Und ich bin jetzt hochgekommen, so. Ja, mach GameUp wieder raus. Ja. Hab ich ja schon. Aber du hast mich ja nicht reingelassen. Hört sich zwar pervers an, aber scheiß drauf. Jetzt warte. Ja, ich warte doch. Mach mal Mikro lauter. Jetzt warte. Okay. Ich hab ne Leiter. Irgendwie ist die Musikerwett bei Minecraft, obwohl ich Geräusch und Musik anhabe. Ja, die kommt noch. Jetzt geh weg. Ich stehe dir doch gar nicht im Weg, was willst du? Doch, warst du gerade. Nein! Nein, 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 nein. Ich trigg dir in deinen kleinen chinesischen Arsch. Höhöh, ich hol mir den Kristall. Ich will nicht. Willst du den Kristall? Das ist meine, ich bin der Sammler. Ja, los. Heute den Kristall. Ich warte hier. Ja, komm drauf. Okay. Nein, oh. Feigling. Äh, was muss man hier noch sagen? Oh, nicht getroffen. Hä? Hä? Ähm. Ja, also. Da. Ähm. Ich weiß, was man hier machen muss. Ups. Warte, was muss man hier noch mal machen? Warte. Ähm. War das richtig? Was hast du gemacht? Ich hab grad einen Schalter gedrückt. Ja, war richtig. Guck mal. Lava ist weg. Und jetzt können wir hoch. Ja. Es dauert zu lange. Äh. So. Pass auf, da ist noch Lava. Über der Treppe. Oder? Ja. Ah. Ui, au. Ui, au. Ne, das heute mal hat's nicht weh, Eltern. Spring runter. Lava. Hallo, Kuro. Ah. Wo? Da. Da. Hä? Die hat sich weggepackt. Guck mal, die ist draußen. Ja, ne. Doch, hier, guck mal. Nein, doch. Weiß ich doch. Die hat sich weggepackt. Ah, da muss man hoch. Ah, da muss man hoch. Alles klar mit deinem Kläschchen. Ah. Ja, Luca, was du jetzt grade? Also. Nein, du ich nicht. Doch, du. Bist doch nur leidisch. Wieso? Weil du, weil du mit deinen Mini-Penis Münner-Pix Pinzette ran musst. Ja. Power-Switch. Hm, was? Nein, die Tiere. Nein. Ja, und ihr? Jetzt. Hier irgendwo lang bestimmt. Nö. Oder? Nö. Komm mit. Hier ist der Ausgang. Hey, hinter dir. Au. Pfff. 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 Ich hasse. Das ist ein Labyrinth. Pass auf. Warte auf mich. Hä, irgendwas ist auf mich runtergefallen. Nein, du bist runtergefallen. Auch. Ah, hier ist er doch. Okay. Pfff. 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 Bleib nett. Ne, hier ist er doch. Warte. Hier gibt's bestimmt was. Oder auch nicht. Mann. Nein, der soll mal einfach nur wieder rauskommen. Wie. 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 Habe ich Allah gesagt? Allah ist mit dir. Was? Allah ist mit dir. Ja, man. Ah. Dimitri. Dünner. High five. Schnauzer. Bist du trüben? Ja. Arschgesicht. Du hast mich geschubst, wetten? Was sag ich? Alter, lass die Scheiße. Sonst dauern, äh. Sonst sitzen wir noch fünf Jahre dran, alter. Und nur wegen dir. Lalalalalalalala. Lalalalalala. So, jetzt könnt ihr den Volk-Profi bei Arbeit zusehen. Ui, ja. Ui, ja. Ja, auf mich zu schlagen. Hab ich nicht. Hast du. Nein, hab ich nicht. Jetzt hab ich dich geschlagen. Jetzt lass die Scheiße, Mann. Das regt nur auf, Mann. Verpiss dich. So. Ja, nur weil du es nicht kannst. Nein. So, komm mal hoch. Wo gehst du hin? Keine Ahnung. Geh weg. Geh weg. Ich bin der, der vorgeht. Nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich hab mich nicht gesehen. Doch hab ich. Nein, lass mich nicht. Doch hab ich. Gibst du, du hast mich nicht gesehen. Doch hab ich, Mann. Nein, lass du nicht. Doch hab ich, Mann. Hey. Hey. Guck mal, ey. Guck mal. Was? Hey. Was? Ich bin. Ich weiß. Was? Ich hab nen Button. Wieso hab ich nen Button? Keine Ahnung. Vielleicht hast du ihn abgebaut. Du hast ihn bestimmt abgebaut. Ja. Ich mach ja nicht mal. Dann lass mich. Du bist einfach mal bei Skype angerufen. Geh weg. Lass mich raten von wem? Ja, Nessa. Sie hat mich auch vorhin angerufen. Ja, mich jede paar Sekunden. Ja, ich hab mich auf Beschäftig eingestellt. Deswegen ruft sie mich nicht mehr an. Du wirst das auch mal machen. Nur so. Als Tipp. Ah, dann ruft sie dich die ganze Zeit an und du merkst es nicht. Nein, tue ich auch nicht. Sieh, du tritt. Danke, dass ich bin, der da vorgeht. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Ich wollte dir das High Five geben, aber... Ja, komm. High Five. Nee. High Five. Ich hab dich nicht geschlagen, ich schwör's. Lüg mal. Ja. Ich bin stolz drauf. Komm, ich hätt's hier wieder hoch. Hä? Wie bist du jetzt? Alter, über die Bäume, du Dödel. Ach ja. Da ist ne Leiter an dem Baum. Ja, nee. Ja, nur so nebenbei. Vielleicht weißt du's ja nicht. Wieso fragst du dann, wie man hochkommt? Weil ich den nicht... Weil ich... Weil ich... Weil ich... Weil mir der nicht eingefallen ist. Ja, ja, ja. Ist doch egal. Ja. Mir bin ich sonst hochgekommen, David. Hm. Gute Frage. Finde ich mich auch. Mir einfach hinterher gegangen. Äh, nee. Ich war vor dir. Hm. Ja, stimmt. Und... Alter. Ah, endlich. Ich... Äh, problemo? Nö, eigentlich nicht. Solange es witzig bleibt, mach mal Mikrolauter. Alter. Ja, sorry, aber man sollte ich... Hören. Ja, man hört dich immer voll. Aber mich nicht. Und irgendwie hab ich gerade wieder... Stand... Bild. Also leck. Aha. Und irgendwie war ich gerade voll langsam. Warte. Ja, warte. Ich komme. Hi. Äh, press the emergency... Äh, for emergency bridge. Dann müssen wir runter. Hi. Oh. Loll. Ja, warte. Ich komme. Ja, ähm. Toll. Ne, hier müssen wir nicht lang. Ich muss zum Baum. Und wieder hochklittern. Boah. Scheiße, Standbild. Ich hab keine Ahnung, wo wieder... Ey, warte mal kurz. Kurze Pause. Ich muss mal nachgucken, wie viel Speicher ich noch hab. Ja. sc